hallo liebe geschwister willkommen zu unserer sendung die stunde der wahrheit heute also in dieser sendung fangen wir so richtig also traurig da wir die ganze welt gerade etwas erlebt also diese corona virus und da sterben also so viele so viele leute in italien also überall die ganze welt ist also komplett ist also betroffen also von dem virus was möchte ich also heute mit euch also teilen her vor ein paar jahren hatte ich also ein bibelferse also die beferse bekommen in hebräer kapitel 12 und damals hatten wir hatten wir das so verstanden also dass eine krise eine krise kommt und ich bin nicht der einzige der so oft also von der krise gesprochen hatte ich kann mich sogar erinnern also letztes jahr letztes jahr hatte ich so in meiner familie erwähnt also dass eine krise kommt eine krise kommt aber ich dachte die ganze zeit also es wäre nur eine krise also in wirtschaft also bereich industrie und sowas aber heute sehen wir stehen einfach vor dieser krise alle sind betroffen ich hätte nie gedacht also dass die krise diese krise also aus ein virus kommen sollte wie alle sind also überrascht ich lese mal also was ich damals bekommen hatte das ist also in hebräer kapitel 12 abvers 25 da steht sie zu dass er denn nicht abweist der da redet denn wenn jene nicht entkommen die den die den ab abwiesen der auf erden die göttlichen weisungen gab wie viel mehr wir nicht wenn wir uns von dem von dem abwenden der von den himmel er redet er redet er redet dessen stimme erschütterte damals die erde jetzt aber hat er verheißen und gesagt noch einmal werde ich nicht nur die erde bewegen sondern auch den himmel aber das nur einmal deutet die verwandlung der dinge an die als geschaffene erschüttert werden damit die unerschütterlichen bleiben deshalb lasst uns da lasst uns da wir ein unerschütterliches unerschütterliches reich empfangen dankbar sein wodurch wir gottwohl gefällig dienen mit scheu und furcht denn auch unser gott ist ein verzehrendes feuer halleluja ich will nicht so lange sein aber damals also als wir diese verse also bekommen hatten hatten wir uns also auf diese schütterliche und unerschütterliche sachen konzentriert und da könnten wir also damals hatten wir also verstanden ja es geht um die krise da kommt also eine krise und es wird also die ganze welt erschüttert es wird uns also erschüttert aber nie wir hatten nie gedacht dass das es also durch ein virus kommen sollte egal wie dieser virus entstanden ist egal was die leute überhaupt aus dem internet sagen ja es wurde im labor gemacht oder irgendwas also irgendwelche theorie keine ahnung aber die ganze welt ist erschüttert aber der herr hatte schon also in seinem wort also hier gesagt er will die erde und himmel erschüttert und wenn er das also schüttelt dann werden nur die dinge die unerschütterlich sind bleiben nur die die unerschütterlich sind die da werden bleiben und der herr sagt ganz klar hier in dieser verse was er also mit dieser unerschütterlichen sachen also dinge meint er meint hier steht ganz klar aber das noch einmal deutet die verwandlung der dinge an die als geschaffene erschüttert werden damit die unerschütterlichen bleiben deshalb platzt uns da wir unerschütterliches Reich empfangen also wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen er hat also von dem von dem von dem reich von dem reich Gottes gesprochen liebe geschwister alle die mich also jetzt hören der herr hat also hier gesagt die erde wird erschüttert die ganze alles wird erschüttert und nur die dinge die für das Reich Gottes nur diese dinge die für das Reich Gottes sind nur die da werden bleiben was sagt uns also diese verse alles also dass wir das wichtigste erstmal suchen sollten wir müssen das wichtigste suchen und was sind die wichtigen Sachen nur alles was also mit dem Reich Gottes zu tun hat nur diese dinge aber merkt ihr nicht seit dieser Coronavirus also gekommen ist wir sind in Panik alle haben Angst Angst vor sein also alle die die ihre also von Gesundheit vom Leben von Geld Industrie überall alles ist erschüttert die Leute leben in Panik was wir morgen kommen Leute sterben und sterben und sterben aber der Herr sagt uns hier wisst ihr wisst ihr es gibt keine Dinge passieren also auf dieser Welt ohne dass der Herr davon weiß er weiß er weiß das aber warum lässt er solche Sachen zu es ist einfach damit alle die ganze Menschheit einfach erkennt was das wichtigste ist und die Bibel sagt uns ganz klar hier die wichtigen sind die Dinge vom vom Reich Gottes wir sollen erstmal für diese Dinge trachten diese Dinge suchen vom Herrn weil jetzt Angst und Panik der Herr bringt uns also damit wir in diese feste Beziehung mit ihm immer so kommen das ist das wichtigste weil früher liebe Geschwister hattest du viel Beziehung also deine Beziehung mit ihm wurde aufgebaut durch deine Gemeinde durch die Kirche durch durch deine Freunde durch Verwandte oder irgendwelche Leute durch Geld wie oft haben wir das gesagt wie oft haben wir das also gepredigt hey geht in eine feste Beziehung mit dem Herrn ich hatte das also vor ein paar Monaten schon gesagt was der Herr will ist die Beziehung die feste Beziehung mit ihm das ist was er will aber er will dass dass die Menschen sich also mit dem Schöpfer sich wieder versöhnen ich hatte von dieser Friede gesprochen also die die Predigt sind nur auf unserer auf unserer Internetseite der Herr will dass die Menschen sich also dass die Menschen sich also mit ihm mit dem Schöpfer einfach versöhnen weil die Menschen die ganze Menschheit gerade nicht in Friede mit ihm ist und das habe ich also so oft gesagt und jetzt stehen wir da und merken und wir stellen einfach fest ups das Geld meine Gesundheit alles meine Arbeit alles was ich aufgebaut habe und 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 blödlich sind diese Dinge nicht mehr so wichtig das Wichtigste mein Leben das Leben was passiert mit mir alle verstecken sich oh Coronavirus Coronavirus ja das ist normal das ist normal jeder muss also irgendwie drauf achten jeder die Maßnahmen die da sind sind für alle nicht nur für Ungläubige für alle sogar die Christen alle müssen diese Maßnahme treffen Hände waschen Abstand halten alles was da gesagt wurde das müssen wir tun aber wir stellen einfach fest dass wir gerade erschüttert sind wir sind alle erschüttert die ganze Welt ist erschüttert alle die Präsidenten die Leute die so viel Geld haben stolz erschüttert die Leute die so mächtig sind die sind alle erschüttert weil der Coronavirus also keinem geht überall jeder muss also aufpassen warum oh mein Leben ist so wichtig mein Leben ist so wichtig der Herr erschüttert die ganze Welt alle einfach zu Hause und jetzt müssen wir die Menschen müssen wir uns also alle um die wichtigsten Sachen konzentrieren die wichtigsten Sachen wichtig für das Reich Gottes die Dinge die uns den Weg also aufmacht zum Himmel die Dinge die uns also irgendwie den Weg aufmacht die in die Beziehung mit dem Herrn zu kommen wir sind erschüttert aber die Bibel sagt ganz klar diese Erschütterung ich rede nicht von einem Erdbeben aber diese Erschütterung von 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 alle unsere Finanzen von von unserer Sicherheit von 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 alle diese Erschütterungen es ist damit die unerschütterlichen Sachen bleiben damit wir die unerschütterlichen Dinge erkennen und genau die da müssen wir machen das ist was der Herr und das ist was 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 diese Coronavirus auch ein auch zeigt es mag sein dass es viele Sachen gibt aber das ist was wir gerade erkennen diese Krise die wir gerade erleben ich weiß nicht also wie wie stark die Krise sein wird wie viele Leute noch sterben werden wie wie diese aus wie das wie diese Ausmaß also sein wird wie wir wissen nicht aber eins wissen wir gerade wir sind erschüttert die Erschütterung ist groß und es kann sein dass es noch wachsen wird sogar die Präsidenten die sogenannte starke Präsidenten die das also am Anfang nicht erkannt hatten das ist die aber heute merken sie die Leute sterben und sterben und sterben alle sind erschüttert alle der Herr spricht gerade und sagt die Zeit ist gekommen dass man sich also um die unerschütterlichen Dinge das Reich Gottes dass man sich um das Reich Gottes erstmal konzentriert in Kolosser Kapitel 3 danke heiliger Geist das heißt in Kolosser Kapitel 3 steht steht da dass man sich also erstmal ab Vers 1 wenn ihr nun mit dem Christus auf erweckt worden seid so sucht das droben ist wo der Christus ist sitzen zu Rechten Gottes sind auf das was droben ist nicht auf das was auf der Erde ist also diese ganze Situation diese ganze Erschütterung bringt uns einfach zu suchen die Dinge die droben sind das Reich Gottes dass man sich also um das Reich Gottes kümmert und konzentriert in Matthäus 6 also Vers 33 also diese Vers kennen wir alle tragt erstmal nach dem Reich Gottes erstmal das liebe Geschwister wir sind erschüttert sogar die christliche Gemeinde die 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 Christen die sich also immer versammelt hatten die können sich nicht mehr versammeln der Herr will also dass die dass die dass die Menschen sich erstmal mit ihm versammeln weil weil früher es gibt also viele Leute die versammeln sich also mit dem Herrn aber der mit der mit ihrer Gemeinde und 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 aber der Herr ist nicht da die die dem Herrn gedient hatten weil sie einen Dienst also in in der Gemeinde hatten weil sie die 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 Kirchen die Kirchen Gebäude also geputzt hatten oder weil sie das und das gemacht hatten dachten sie dass es Gott dienen ist aber jetzt alles ist zu was sollen wir denn jetzt tun beten sich versöhnen mit dem Herrn nicht die Zeit vor dem Fernseher wir bringen im Internet und 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 nur einfach so rum sitzen nein beten beten lesen die Bibel lesen und 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 beten 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 für andere Leute beten und so weiter und zurück zu dem Herrn sowas eine Beziehung mit dem Herrn aufbauen damit man das wichtigste erstmal tut sich um seine Familie kümmern seine Frau nachher mal oder so die Beziehung miteinander leben die Liebe geben das sind diese Dinge die uns also die Tür zu die Tür einfach aufmachen die Liebe erstmal die Liebe fängt erstmal zu Hause aber was haben wir also früher gesehen die Leute die sind so fromm in der Gemeinde in der Kirche und wenn sie da Haus sind haben sie keine Beziehung mehr mit dem Herrn die Beziehung war nur in der Gemeinde die Beziehung war nur in diese Kirchengebäude aber jetzt alles zu wir sind erschüttert liebe Geschwister erschüttert ja okay auf der Straße evangelisieren oh so draußen gehen und 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 man dachte und und das sind so viele Leute die die machen das und dann glauben sie okay sie sind es ist alles okay aber zu Hause keine Beziehung mit dem Herrn und jetzt erschüttert komplett erschüttert damit die Leute erstmal eine feste Beziehung mit dem Herrn aufbauen das ist also was dieses Coronavirus also uns antut das sind die Konsequenzen liebe Geschwister wir sind erschüttert die Bibel hat davon gesprochen dass wir erschüttert werden und und es sagt ganz klar am Anfang sieht zu dass ihr nicht abweist der da redet der Herr spricht also in viele Wege und jetzt stehen wir da und wir sollen einfach zurück zum Herrn das haben wir jahrelang gesagt wir haben jahrelang die Leute gesagt hey was der Herr will ist dein Herz ist deine es ist dein Leben es ist nicht also weil du so viel Geld gibst oder so nein was der Herr was der Herr will ist dein Leben und jetzt sind wir einfach gezwungen zu schauen wir sind einfach gezwungen die ganze Welt muss zuhause bleiben und nachdenken ok was mache ich also mit meinem Leben was ist überhaupt mit meinem Leben was ist was ist was ist sieht ihr nicht zu wer da redet er spricht gerade komm zu mir komm zu mir komm zu mir die Welt ist geschüttert komm zu mir und trakt nach die Sachen die nicht erschütterlich sind halleluja kommt einfach die die da so ich hab ich ich sehe in Afrika in viele Länder die Leute die die haben so viel Geld die haben ihre Gelder so nur in Europa gebracht also in andere Länder haben keine keine Krankenhäuser gebaut und 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 wenn sie krank waren sind sie schnell geflogen nach Europa und dort wurden sie und jetzt können sie nicht mehr raus und jetzt können sie nicht mehr raus und dann denken sie ok was haben wir was haben wir denn was haben wir denn getan die Welt ist erschüttert die Pastoren die immer jeden Monat also auf Zente warten wo die Leute am Sonntag die Leute werden kommen so viel werden also Geld geben damit ich was was mein Auto kaufen und sowas heute nicht mehr keine Zente keine Versammlung mehr was willst du denn tun was willst du denn tun aber jahrelang haben wir gesagt dein Geld das Geld ist wichtig ja aber Zente muss man nicht mehr zahlen das haben wir so oft gesagt das haben wir so oft gesagt der Herr will dein Herz er will dein Leben und jetzt stehen wir da jetzt stehen wir da das ist ich sehe das als eine Möglichkeit sich wieder mit dem Herrn zu versöhnen wir wissen überhaupt nicht was auf uns zukommt vielleicht werden nur mehr Leute sterben mehr und mehr sogar Christen denkt nicht daran ja ok weil ich so ein Christ bin also das will mich nicht also ja ja berühren solange du kein solange du diese Maßnahmen nicht trifft solange du lebst also einfach so lebt wie du willst und nicht die hygienischen Maßnahmen und 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 Abstand halt hältst dann wirst du auch getroffen also jeder muss aufpassen aber denk nicht denk nicht daran du sollst wir müssen alle das wichtigste tun uns mit dem Herrn versöhnen sich mit dem Herrn Joshua versöhnen für ihn leben unsere Kinder unsere Frauen unsere Männer und die Familien also einfach in Liebe leben die Liebe weitergeben weil jetzt will der Herr unser Herr Joshua dass wir uns um die wichtigsten Sachen konzentrieren das wichtigste die Dinge die uns da oben bringen dass wir das Leben nach dem Tod vorbereiten und das fängt jetzt an wir wissen nicht was morgen kommt was morgen wie morgen sein wird wir haben keine Ahnung wie dieser Corona Virus also weiter gehen wird nicht vergessen die Bibel sagt in dem Moment wo alle sagten Frieden 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 und da ist was passiert Joshua kommt er holt seine Gemeinde wir müssen uns alle vorbereiten alle wir müssen uns alle vorbereiten durch Gebet die Zeit in dem Wort die Zeit mit der Familie und 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 das wichtigste tun ich bete ich bete ich bete für die Geschwister die Geschwister die im Krankenhaus sind die hart arbeiten ich bete für alle die sogar betroffen sind von die positiv getestet wurden die sogar leiden darunter ich bete dass der Herr sie heilt dass der Herr sie besucht ich bete einfach für alle damit wir in dieser Zeit die Kraft bekommen und sich mit dem Herrn unser Herr Joshua versöhnen danke im Namen Joshua am am